Einen wunderschönen guten Abend liebe Leute. Fortnite, es ist Sonntag. Ich geh mal rein ins Game. Meet me. So, gucken wir mal, ob ich das alleine hinkriege. Wenn nicht, dann springe ich zu Crimson in die Gruppe. Maverick, einen wunderschönen guten Abend. Hast du Bock? Ja genau, sag Bescheid, wenn fertig bist und dann können wir ja noch eine Runde fahren. Boah, das geruckelt eben gesehen. Was ist hier denn los? Okay. Ja, ist ja keiner da. Ich habe jetzt auch nicht groß Bescheid gesagt. Aber ja. Ich starte einfach mal. Wer Bock hat, springt mit rein. Boah, das ruckelt wie Sau, ne? Okay, vielleicht muss ich doch wieder auf DirectX 11 umstellen. Das ist ja abartig. So, ich geh mal in die Werkstatt. Da mal gucken. Na, ich glaube das Geruckelt ist aber vorbei. Hoffe ich doch zumindest. Na, irgendwie? Läuft nicht so sauber, wie ich das gewohnt bin tatsächlich. Oh, wie war das noch? Oh, komm, ist egal. Oh, normal war hier doch eine Knarre. Ach, die Lecks hat es heute auch. Okay, gut. Und ich habe nämlich gerade umgestellt von DirectX 11 auf DirectX 12 und habe schon gedacht, das hat damit zu tun. Aber wenn du das auch hattest. Oh, das ist aber echt übel, ne? Das ist ja echt übel. Gucken wir mal. Schild tanken. Da oben haben wir noch Munitionskiste. Da haben wir auch noch ein bisschen was mit. Machen wir mal eine Knarre. Was für das. Hier, ne. Nix. Das Ding kann ich eigentlich nicht gebrauchen. So. Zu. Ich muss wegen der Lautstärke mal eben gucken. Ob das passt. Dann komm, gehen wir nochmal hoch. Was gibt es hier noch alles? Ein Schneipi. Sehr schön. Das kann ich nur noch nicht sagen, Maverick. Je nachdem, wie schnell Toffel mit seinen Berichten fertig ist. Machen wir vielleicht noch ein bisschen Wreckfest. Ansonsten, wenn hier jetzt nicht unbedingt jemand kommt zum Zocken, dann werde ich vielleicht auch mal was anderes starten. Ich habe einige Spiele installiert. Die letzten Tage. Da würde ich mal mit Assassin's Creed Valhalla anfangen. Mal schauen, was der Abend so ergibt. Eigentlich will ich da jetzt nicht unbedingt rein, ne? Oh, der Gulli ist weg. Der Gulli ist weg. Guck mal, der ist noch zu. Gibt's ja keinen Boss mehr. Also, nehmen wir mal die Popcorn. Pump it up. Wie gut man doch gleich mal ausgerüstet ist, wenn nicht so viele dabei sind. Ich weiß nicht, ob ich jetzt komplett die Popcorn is weg. Ich weiß nicht, ob ich auch immer die Popcornen ausgerüstet bin. Okay, dann gehe ich das nicht. Wie geht's jetzt? Oh, da kommt das vidéo. Oh, komm hierher. Zieh. Ah, da gibt's keinen Boss mehr im Bahnhof. Oh, Harlequin. Vielen Dank für dein Follower. Willkommen. Du bist auch am Fortnite zocken. Ah, Level-Abstieg. So hab ich das gern. Oh, da hör ich was. Müssen wir doch gleich mal gucken gehen. Da. Hehehe. Achso, hätte ich... Wie geht das? Da wird geschossen. Da wird geschossen. Wo wird geschossen? Oder jemand? Ich hatte heute ein bisschen mit Ballritter fahrenheit gezockt. Und wir wurden nie Erster. Ehrlich? Eieieiei. Nur Zweiter oder Dritter. Ja, dann... Zwischen, äh, bei dem Turm wird geschossen. Ja. Was solltest du sagen? Ähm, dann müssen wir das wohl machen mit, ähm... Gewinnen. Gewinnen Sieg heute. Scheiße. Oh, war das voll laut. Auf dem Ohr. Scheiße sagt man nicht. Tut man nur. Bei gewissen kam's zum Hintern raus und bei anderen zur Fresse raus. Ja, genau. Ganz genau. Ich hatte heute, äh... 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 Ne... Goldene... Tommy Gun hatte ich heute. Oh, okay. Aha. Äh... Das ist nach einer geilen Waffel. Ja, eine Tommy Gun ist so eine, äh, eine Mini-Usine, ne? Äh... Äh... So eine, äh... Dingens. Ah, so eine. Ja, okay. Ja, ja. Weiß ich, du meinst. Ja, ja. Weiß ich, du meinst. Diese Trommel, äh... Knarre. Ja. Kommt eigentlich, äh, zwar ist auch noch dazu? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich kann mir das vorstellen. Sobald er sieht, dass wir am Zocken sind, kommt er auf. Äh... Jetzt bin ich, äh, im, äh, im... Du bist jetzt in der Lobby und ich bin im Dingstrainer. Ne, ah, ich geh schnell zurück. Ach so, ich bin extra rausgegangen, damit wir zusammen zocken können. Ja, ich war schon bereit. Ei, 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 ei. Ich war schon bereit. Das klingt auch wieder falsch, ich war bereit. Jaaa... Klingt auch wieder falsch. Ein wenig. Ein wenig. Ne, eh, eh. Da kommt schon wieder so laut hier, ne? Ah, sieht er so laut? Ah, da müssen wir mal ein bisschen basteln. Wie war das mit, äh, Chat? Hier wahrscheinlich, ne? Sprachchat, genau. Mal leiser. Dass man auch ein bisschen Spiel hört, ne? Auf wie viel Prozent hast du den Sprachchat gestellt? 25. 25, okay. Mach ich auch mal. Weil bei 50 bekomme ich einen Gehörschaden. Jaaa. Das hatte ich zum Beispiel bei kleinen Cottbus gemerkt. Hehehehe. War er so laut? Ja. Und vor allem, wenn er ins V-Crew reingebrillt hat. Ja, das habe ich auch nicht gehört. Ich habe ihn, äh, gemutet. Und er, äh, und er ihn wieder. Ja, ganze Sachen, die mich, äh, äh, das brauche ich, da kennen wir das, brauchen. Die ganze Zeit. Hä, meine Maus geht nicht? Warum geht meine Maus nicht? Keine Ahnung, bei mir hat auch schon die Maus nicht zurecht oder die Tastatur. Oh, okay. So, jetzt geht's wieder. Vielleicht mal den Herzogis Weyrept heranschreiben, wo wir auch mitmachen. Kann man machen, ja. Ja, ansonsten kriegt jeder eine Chance, der zuerst da ist. Ja, wie jetzt zuerst da ist, mal zuerst, oder? Ja, eben, eben. Wo wollen wir raus? Sollen wir mal in die Stadt gehen, da wieder da unten? Da kann man schön, da wo ich eben war. Achso, ja. Ups, jetzt. Ja, ich bin... Oh, da sind wir aber ganz schön weit weg. Was soll der Bahnhof, meinst du? Ja, genau. Da kann man gut looten. Aber gut, jetzt sind wir so weit weg. Dann gehen wir da unten. Unter uns. Und man kann doch hier, ne? Ah, genau. Mal gucken. Vielleicht gibt's da was. Ich hoffe, ich schaff's noch bis zum Bahnhof. Ehrlich? Die Performance gefällt mir aber nicht, ey. Die hartes Ketten finde ich geil hier. Was? Ketten? Ja, hartes Ketten. Aha. Was macht man damit? Leute, haben wir über... Das klingt gut. Ich hatte mal so Kette. Hehehe. Aber ich glaube, ich muss das Spiel wieder umstellen auf DirectX 11. Das ist sehr ruckelig. So, das gefällt mir nicht. Oder liegt das an dem Update, das vorhin kam? Ja, scheiße. Bin down. What? Okay, bin tot. Ja, der hat mich hinterhertig gekillt. Eieiei. Mach mal aber nicht. Der kann hinterhertig von hinten. Hehehe. Ja, wenn man es mag. Also, ich stehe nicht drauf. Naja, aber eher vielleicht. Ähm, das weiß ich nicht. Könnte ich nicht beurteilen. Aber die Flügel sind da. Au. Boah, laden wir schneller nach. Oh, komm. Jawoll. Oh, nein. Oh, ja. Jetzt mache ich drei Stück fertig und dann kommt eine vierte Person dazu. Ei, 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 ei. Ja, genau, Toffel. Darum landet man zusammen. Wir haben uns zu spät entschieden. Riedenfuss kam zu spät. Mh. Schlechte Absprache. Kaum ist Toys nicht dabei. Geht alles schief. Jetzt habe ich gestern dran gesessen und wollte mich beim Finanzamt anmelden. Also das Gewerbe anmelden. Oh, jetzt geht das nicht, weil ich nur ein privates Konto habe. Kein geschäftliches Konto. Jetzt muss ich extra noch ein Konto eröffnen für den Quatsch. Also sowas. Ich will doch einfach nur zocken und streamen. Ei, 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 ei. Du musst nach einem Konto eröffnen. Ja, mit dem privaten Konto kann ich mich nicht beim Finanzamt anmelden. Ich muss ein... Geht leider nicht. Ich muss ein Geschäftskonto eröffnen. Und das kann ich dann beim Finanzamt hinterlegen. So ein Schwachsinn. Aber ich rufe... Ah, das ist ein Konto. Ja, genau. Aber ich rufe da morgen mal an beim Finanzamt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das hatte ich funktioniert mit den Daten von meiner Bank. Dann habe ich mit der Bank telefoniert. Und die Bank hat dann gemeint, da werden sie ein Geschäftskonto brauchen, wenn sie Gewerbe registrieren lassen wollen. Ich sagte, jo, dann rufe ich da morgen mal an. Das muss ich mal herausfinden. Weil ich finde, das... Ich weiß gar nicht, wie sie in der Schweiz ist. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich habe keinen Bock, jetzt ein extra Konto zu eröffnen. Was soll das denn? Was soll das denn? Oh, das Geruckel geht mir auf die Nüsse. Warte, ich... Ich ändere das nochmal. Ich bin gleich wieder da. Ich muss das Spiel dann neu starten. So, schon. Mach ich auch in dieser Zeit eine Solo-Runde, soll, äh, weit ich kommen. Jo, genau. Bin gleich zurück. Na los, Maverick. Schon wieder abgeschmiert. Ne, der ist jetzt noch im Match. Ich habe eben Neustart gemacht. Grafik verändert. So, erstmal Battle Pass-Sterne ausgeben. Der neue Modus ist auch leicht lustig. Aber auch sehr chaotisch. Was zum Henry-Walter-Sieben. Ah, da ist er ja. Ich hatte vorhin, äh, die ganze Zeit made the hardest, äh, Dingens, keine Ahnung, wie viele waren das? Ein halbes Dutzend oder so? Okay. Äh, drauf gehauen, obwohl das eigentlich, äh, fast nicht möglich ist. Team. Haha. Krass. Oh, Team. Ja, wir sollten mal auf Trio umstellen. Macht ihr das? Ich kenne mich noch nicht aus. Ja, du, jemand hat den, ja, wir machen klapp, äh, wer ist jetzt eigentlich, äh, ich. Ja, jetzt. Jetzt hat's geklappt. Keine Ahnung. Okay. Jetzt ist... So, jetzt. Nochmal, okay. Jawohl, Zeus. Das, das ist doch was. Das ist halt echt dicke Munker. Ja, genau. Aber das ist auch gut. Nee. Geht in die Richtung, ja. Mavrik, du bist nicht bereit, ne? Oh, Entschuldigung? Das hab ich nicht gesehen, Entschuldigung. War nicht mit Absicht. Ja, alles gut. Das hab ich gar nicht bemerkt, dass ich nicht bereit war. Kann passieren. Joa, eben. Wie Zeus da steht. Ja. Wie ein Balletttänzer. Ja, ja. Danke. Danke. Also die Animation sind ja schon ziemlich gut, ne? Muss ich ja mal zugeben. Ja. Wreckfest hat schon 8%. Das werden wir vielleicht nachher noch zocken. Je nachdem wie TOEFL fertig wird. Wreckfest hab ich nicht runtergeladen. Ja, ich auch nicht. Muss das auch noch starten. Ja, ich hab nur schöne Spitzhacke. Kann ich das nicht sogar über die Xbox App hier auf dem PC zum Download starten? Oh Mann, da war doch was. Warte mal. So. PC. Suchen. Breakfast. PC. Installieren. Oh nein. Mein Game Pass ist abgelaufen. Ah, fuck. Ja gut. Dann muss ich erst noch kaufen. Was ist dein Game Pass? Game Pass. Game Pass. Ah. Fortnite Battle Pass. Oh, was ist denn hier? 14 Tage für 1 Euro. Ah. Die sind schon rausgesprungen übrigens, ne? Ah, ich jetzt auch. Ich fahr noch am Handy. Der Busfahrer hat dich rausgesprungen. Nö. Oh nein, da will ich nicht landen. Ist das da ein... Ein Schiff? Oh scheiße, jetzt hab ich mein Auto nicht geweckt. Scheiße macht man auf der Toilette. Sicher. Außer du sche... äh... Lapperstscheiße. Das ist ja ein Kreuzfahrtschiff. Cool. Ja, da würde ich nicht gerne landen. Äh... Zu spät. Ich wollte es mir mal angucken. Mal schauen, ob ich die, äh... Sadisten-Kerze wieder finde. Nö. Ich hab... Ich hab den Boss sogar schon alleine besiegt. Nö, siehst du. Ich bin nur fast einmal gestorben. Nur fast? Das geht nur wegen seinen Minions. Ja. Minions? Ja. Ja, der Boss spuckt dir auch kleine Handlage aus. Oh. Was soll ich denn hier auf dem Schiff? Oh, ich hab ne Sniper. Hier, Willi. Gibt's ja auch noch ne Sniper? Ja. Aber... Bis ich zu euch komme, ne? Äh... Bis dann... Bis dahin haben wir gewonnen, bist du bei uns bist. Ja, genau. Oder sind schon rennend, na? Ich suche, dass wir den Captain, dass er an Land fährt. Ja, ne, du musst schon schwimmen. Ja, ja. Dass wir hier ein bisschen... Looten. Ja, und denken wir uns mal zu nem Charakter. Oh, hier jetzt ne blaue Sniper. Ja, aber die... Ja, ich hab ne lila, ne? Okay. Ich hab gar keine. Bis jetzt. Ja, wenn du an der Perperte der Welt bist... Äh... Dafür hab ich, äh... Zeus Blitz. Und hier liegt sogar noch einer. Naja. Ich hoffe, du bist nicht elektrisierend, Michel. Hehehe. Hey. Mein Name ist elektrisierend. Ich hoffe, ich krieg keinen kurzen. Oh Gott. Äh... Das will ich jetzt nicht nachschauen. Nein, ich auch nicht. Hehehe. Aber ich bin ein Land zurück. Juhu. Ja, aber immer noch am Arsch der Welt. Ja, oh mein Gott. Äh, solange wir nicht im Arsch sind. Ja, genau. Ja, genau. Wobei. So. Gucken, ob irgendwo ein Vehikel steht. Ein Kfz. Ein Kfz. Ein Kfz. Ein Sonderkfz. Ein Sonderkfz. Dann finden sie und grabe sie aus. Und ihnen... Ach. Quatsch. Bin ich hier zum Kisten ausgraben? Warte. Hast du deine Ketten gefunden? Ah. Dein Halsband. Ich hab meine Ketten. Hehehe. Hier ist ein Osterei. Oh. Ein... Ein goldenes Osterei. Hast du ein Easter Egg gefunden? Ja. Das Easter Egg hat mir 350 Gold gegeben. Oh, cool. Oh, ein Truthorn. Hm. Fleisch. Ich ess Fleisch. Nur noch Fleisch niemals. Gemüse. Nur noch Fleisch. Nur noch Fleisch. Nur noch Fleisch niemals. Salat. Kenn ich nicht. Jetzt heben mir nur die Brockwurst rein. Das kann man wieder falsch verstehen. Ja. Ja. Die sind aber auch gut ausgestattet in den Gegend Katsuki. Ja, das stimmt. Ich hab nur so'n Mini-Winni-Würstchen-Kette. Hehehe. Ja, die hat... Maeve Ockerl. Hehehe. Die hat es Kette. Mhm. Ja, also... Da wo du grad hingehst, das... Da solltest du lieber nicht laufen. Meinst du etwa mich? Aber die Verstärkung ist ja unterwegs. Ja, was nennen wir überhaupt Leben dorthin schaffen. Musst du den richtigen Weg finden. Oh! Da schießt jemand auf mich? Das ist nicht gut. Ah! Guck mal hier ist ein... Da seid ihr ja. Ja, wo? Tadam! Sind die schon tot? Jo. Anzeige ist raus, weil die ohne mich... Ja, weitergemacht hat. Ja, du bist zu langsam. Ja, komm mal her. Oh, cool. Oh, jawoll. Spritz mich voll. Hehehe. Ähm, spritz mich voll. Hehehe. Hehehe. Oh, oh, oh. Ich bin down. 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 Kaput. Auto kaput. Iiii. Schmatt Auto. Ja, wir entspannen uns, Toffel. Hehehe. Hm, sehr entspannt. Äh, äh. Ich schreib gerade. Nur am rumliegen, die Truppe. Hehehe. Äh, irgendwas muss man sich ja gönnen, Toffel. Genau. Man gönnt sich ja sonst nichts. Was war das denn? Äh, rülpsen darf man, Julian auch, oder? Ich glaube eher, deine Lunge ist gerade... Hast du gerade ausgekotzt, so wie sich das angehört hat. Hehehe. Ja, das klang nicht unbedingt wie ein Rülpser. Das klang merkwürdig. Hehehe. Das Alien wurde ja ausgebrühtes. Ja, genau. Hehehe. Eine fünfstücke Farbung. Einen Facehacker im Gesicht gehabt. Ich hab Fische in meiner Spitzhacke. Oh ja, stimmt. Zwei sogar. Auch. Hehehe. Okay. Ist das etwa eine Fishing-Attacke? Was gibt das? Ich mach dir Fishing, der Zeiss. Jaja. Alles? Oh cool, ein Turtle. Donatello. Geil. Ah ja. So ein Turtle-Skin hätt' ich auch schon gern. Ja, der kostet. Ja. Ja. Und plus dazu muss ich mal ein Item-Jobsland. Ja, also echt Geld werde ich sicherlich nicht ausgeben. Da kommt er irgendwann. Nein, nein, nein. Da bin ich viel zu geizig für, für so einen Quatsch Geld auszugeben. Aha. Da haben wir die Seite. Zu geizig um Geld auszugeben, aber auch um den Scheiß. Jaja. Naja, so kosmetisches Kram, das ist ja Schwachsinn. So. Aber. Da fällt grad was ein. Ich brauch den Game Pass hier gar nicht verlängern. Breakfast hab ich doch gekauft. Gehen wir mal in die andere App. Ist auch nervig mit den zwei verschiedenen Xbox-Apps. Zwei. Wo sag ich denn? Zwei. Ja, du hast die normale Xbox-App und du hast die Game Pass-App. Moin. Mia. Oh. Das hat mich fast verschluckt. Aber ich bin viel zu groß um mich zu verschlucken. Ah, eine Kiste. Oh, bei mir ist jemand. Oh. Das passiert, wenn du erscheinst. Kommt das öfter vorher? Ja, ja. Oh, oh. Ich werde schon geballert. Das Feuer ist bereits eröffnet. Hm. Ballerina. Ich hab den Vorteil. Ich hab eine goldene P. Goldene P? Ich denke mir jetzt machen wir meinen Teil. Goldstände. Also die Mischel ist überhaupt nicht versaut. Nö, gar nicht. Nullstens. 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 Hä? Ich hab die gehört, ne. Da hat die da. Alter. Damit kannst du nicht mich gemeint haben. Mich junges Gemüse. Nee, nicht das Friedhofs-Gemüse, mit dem ich zack hab. Oh, was hab ich jetzt noch eingesammelt? Ach. Sind das etwa... Hardest Ketten? Das sind meine... Wen willst du denn jetzt schon wieder anketten? Hardest. So, jetzt will ich die Ketten aber auch mal ausprobieren. Oh, ja. Das hat was von Scorpion bei Mortal Kombat. Scorpion wins. So. Was geht hier ab? Ich hab Schüsse gehört. Ja, da war einer. Ja, ne? Die Betonung liegt aber auf wahr. Ah. Waren zu Panetheim was? Quasi. Ach Mia, ähm. Ich hab dir Adminrechte auf dem Discord gemacht. Glaube ich. Ich kenn mich da ja nicht aus. Ich hab Adminrechte. Warum nicht? Ups. Ah, es ist schon gelöst. Wunderbar. Perfekt. Exzellent. So, okay. Hier steht da rum. Dann guck ich nochmal eben. First. PC. Warum kann ich das... Also... Das kann man in der App gar nicht starten. Okay. Ähm. Ja. Beim nächsten Tod guck ich mal, ob ich das eben starten kann, die Installation. Da. Da. Da, da, da. Hm. ich höre Gold. Time for Gold. Was ist denn der? Ich grüße dich Käufer. Alle Dienste ist ein Online-Funktional. Na ja. Oh. Maverick am Flüchten? Ne, Zau ist am Flüchten. Ja. Ich nicht. Ich höre, sehe Schüsse. Du kannst Schüsse sehen. Ja. Oh, hier ist auch ein Easter Egg. Einsammeln. Oh. Wie war das? Ähm, 60. Aua. 250 brauchen. Hä? Ich komme an das nächste eigentlich dran. Aber an das. Ja, wie? Noch mal 350. Seltsam. Was? Äh? Seltsam. Ach, Henry. Hier sind Opa Ketten für euch. Atmen. Guck mal, da ist die Henne. Da ist die Henne am Leben. Zu spät. Das geht gegen den Hennenkodex. Das war sogar eine goldene Henne. Die, wo die goldenen Eier legt. Das war jetzt eigentlich dumm, die zu töten. Naja, ist egal. Da liegt noch eins. Ja, ich habe auch eine erlebt. Ja, ich habe auch eine erlebt. Warte, noch eins. Ich gehe gegen den Hennenkodex. Ein Hennenflug kommt an. Ein Hentai. Was Hentai? Was ist Hentai? Hentai. Das ist, glaube ich, irgendwas mit Tönern. Hentai. Wo treibt ihr euch eigentlich rum? Nein, flachgelegt. Ich habe den anderen. Vor allem, die eine hatte jetzt mal die gute Medaille vom Hades, so. Hm. Okay. Weiter fliegt der Dröne. Zeus, was ist das für ein Zeichen hinter deinem Namen? Das ist die Medaille, der die hier eingesammelt hat. Oh, okay. Er will jemanden? Nein. Quattro ist einfach. In meinem Besitz. Das gibt ein Sitzkrieg. Er bei mir ist einer. Irgendwo. Dann stoppen wir uns den. Lila Waffen. Lieber ist gut oder so? Ja. 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 Das drittbeste. Das drittbeste. Ja, das beste ist mythisch. Ja, ich habe eine mythische Schroffende. Mystisch ist besser als legendär. Da kommt aber auch die Schroffende, aber meine Schroffende ist, naja. Oh, oh. Oben auf dem Berg. Was war das denn? Was? Hat er sich teleportiert? Keine Ahnung, war plötzlich weg. Ja, ne? Ja, wenn du grüne Geister um dich rum hast, kannst ich vielleicht teleporten. So ein kleiner Sprung nach vorne. Ne, ich hatte mit der Hades Kette auf den er eingeprügelt und dann neu plötzlich weg. Bei mir. Bei dir. Ich brauche Hilfe. Wir sind da. Jetzt hat sie sich, glaube ich, in den Tod gestürzt. Da noch einer. Keine Muni mehr. Gib uns mal Deckung. Und lass euch das halten. Ja, ich versuch's. Oh, wow, wow. Oh. Schrotflinten, tot, okay. Den habe ich hingekriegt. Dino ist zurück. Ja, Digga. Ah, komm. Oh, oh. Oh, oh. Okay, ich kann immerhin nicht behaupten, ich hätte es nicht versucht. Genau. Keine Ahnung, vorher konnte ich jeden vermöbeln mit der Kette, aber jetzt ging's nicht mehr. So, ich versuche mal den Download zu starten von Rackfest. Ja, ich habe 63 Prozent. Nix kaufen. Ich habe das schon gekauft. Doch, du kaufen. Na, hör mal. Aber echt. Geht ja gar nicht. Warum ist das nicht da? Ah. Bei Steam habe ich das gekauft. Wenn ich so recht überlege. Okay, warte mal. Warte mal. Wo habe ich denn Steam? Da, öffnen. Ja, Rackfest. Doofload. Oh, Steam wird aktualisiert. Da, öffnen. Da, öffnen. Da, öffnen. Ich darf das. So, Bibliothek. Bist du müde, sagst du? Na, noch habe ich ein bisschen. Rackfest. Installieren. 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 So. Du musst du nicht, wenn du Rackfest Multi spürst, nicht da den Game Pass haben. Was? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Akustisch. Ob du nicht bei Fragfest, wenn du das im Multiplayer spielen willst, da den Game Pass haben musst? Das war meine Frage. Nee, ich habe es auf Steam. Steam hat damit ja nichts zu tun. Ja. Also, ich habe es zwar im Game Pass hatte ich das durchgespielt und schön aufgebaute Autos und so, aber da muss ich jetzt extra den Game Pass verlängern. Das lade ich jetzt im Steam runter. Müsste ja gehen mittlerweile. Na, Download ist zügig. Oh, da habe ich dann die ganzen Erweiterungen nicht. Die ganzen tollen Autos. Ah. 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 Okay, warte. Abbrechen. Entfernen. Okay, dann mache ich doch eben die Game Pass verlängern. Warum? Da habe ich noch die ganzen Addons und so weiter. Die habe ich nicht bei Steam. Was für Addons? Autos und so weiter. Die sind bei Steam nicht dabei. Das muss ich nochmal hier rüber. Das sieht man nicht. Nee. Okay. Kinguin, zu meinem lieben Partner. Freund und Helfer, ne? Genau. So. Machiertel. Das ist ja das. Okay, auf. Wow. Wenn die Leute auf. Bei Fragfest habe ich auch keine, die DRCs nicht. Ja, ok. Ich habe Fragfest kaum beschwert. Für Stunden habe ich da drauf. Was ich gar nicht... Aber wahrscheinlich auch zu wenig. Oh, Toffel ist fertig. Ok Toffel, ich verlängere jetzt mal eben meinen Game Pass, damit ich das Spiel runterladen kann. Ich habe angefangen auf Steam runterzuladen, aber da fehlen mir einige Sachen. Nö, würde gehen, aber das habe ich kaum gespielt. Da ist noch nichts aufgelevelt. Keine Addons, nichts. Oh. Deswegen. Ist das überhaupt Cosplayfähig, das... Ja. Das stand da eben. Breakfast. Ja. Ist ganz neu jetzt, ähm... Crossplay. Dann ist ja gut, dann sind wir auch zu viel, wenn wir übergehen. Ich bin es mir auch gerade am runterladen. Ja, ok. Ja, meins dürfte... Meins ist bei 80%. Wischl, bist du noch nicht bereit? Nö. Bin gerade gar nicht im Spiel. Ja, das Gute ist, jetzt konnte ich in Ruhe eine gute Skin-Kombo raus holen. Mhm. Ob sie richtig stehen oder nicht, wenn das Licht angeht. Oh. Germany. Bombons. Kampons? Oh. OK. Oh. Oh. Danness害 ich mich nicht. Ich überleg mir grad den Gleit... meinen Gleiter zu holen. Doch, Töffel, mach ich. Ich will das. Boah, teuer geworden. 6,39. 6,39 Euro. Teuer geworden. Geht doch noch. 6 ist doch nicht teuer. Normal um die 2 Euro. Kaufen. Discountcode haben wir nicht. Zahlen, sieht keiner hier, ne? Nein, ich doch. Hehehehe. Der Maeve, das würde sie gerne sehen, ne? Was? Ja, das würde sie gerne sehen, ne? Loco. Auf dem Konto sehe ich kein Geld. Ja. Da ist er. So, dann... Sieh mir ihr Geld oder ihr Lieben. Welches Geld und welches Lieben? Geld oder Liebe. Und? Das Lieben müsst wir geben und nehmen. Nimm deine Brieftasche und gib mir 10 Schleifen. Dürfen. Türen. So, dann... ...so ist das hier. Cut einlösen. Hehehe. Herein. Was ist denn das für ein Rotz? Ich muss 25 mal die Authenticator App benutzen. Was soll das denn? Man kann es doch übertreiben mit Sicherheit. Was ich manchmal zocke ist... Mario Kart! Mario Kart zocke ich manchmal. Was oh Gott? Mario Kart kenn ich. Ja. Ist auch nichts was ich auf zocke. Magst du das Spiel nicht? Zeiss. Also wenn ich es allein spiele geht es noch, aber online nicht. Schade, dass Michel das nicht hört. Was? Na weißt du es nicht? Ich hör es nicht, nein. Ich hab die das Videlis zensierte Musik auch nicht. Auch schade. Bist du am Screen Maverick? Nein. Okay. So. So erstmal gucken. Deadpool sieht schon cool aus. Der Brust liegt ein bisschen kacke. Okay. So. Nur der richtige Spitzer gehabt hätte er nicht gehabt. Mhm. Haben wir schon Vollgas gehabt? Was? Vollgas? Ja. Haben wir schon Vollgas gehabt? Ja. Haha. Ah. Ja. Ja. Foulgeist ist nicht so meine Welt. Was? Foulgeist ist nicht so meine Welt. Ach. Foulgeist ist auch nicht meins. Mhm. Da wo wir mal bei der Dame da mitgezockt haben. Das war ja ganz lustig. Aber ansonsten. Das bringt mich zu Weißglut das Spiel. Wir beide haben nochmal bei. Wie hieß die? Weiß ich es gar nicht mehr. Müsste ich im Discord gucken. Da hab ich sie noch drin. Da haben wir beide noch bei der mitgespielt. Im Stream. Namiya oder so. Namiya. Nainima. Ja. Genau. Nainima. Genau. Ja. Das war lustig so. Aber ansonsten bringt mich das Spiel zu Weißglut. Das war der erste Spieler was wir zusammen gezockt haben. Ja. Genau. Genau. Ja. Das war auch schon ewig. Wo du eigentlich den ins hättest sein sollen. Back for plus. Ja warte bevor du die anheuerst, geh mir die Sniper holen. Und so. habe ich doch ein sniper gehört er war doch noch billiges mal kann ich die ich wurde abgezogen hier liegt der sniper schön deine fetten hintern hierher wer ist das habe ich verlaufen da ist eine tür peter ja ich hab den peter skin nicht peter von foster ne der griffen von griffen peter von griffen genau das könnte ich könnte ich auch mal weiterspielen Hogwarts Legacy haben wir Schlangen nicht mehr gemacht kann man machen muss man aber nicht so ich finde es cool cooles spiel aber auch ganz schön teuer ja ich habe es zum glück zum geburtstag gekriegt da war es dann sehr günstig für mich da ich keine sponsoren habe habe ich das spiel auch nicht ich hätte so bock auf avatar auch wenn es gefunden auf bis auf dieses 40 prozent ja ich auch instant gaming 40 prozent ja ok ja aber das star wars spiel da hätte ich auch bock drauf der erste teil war das allererste spiel was ich was ich gestreamt habe ohne kamera ohne mikro ohne alles vor fast genau zwei jahren ja da habe ich ja unten auf der couch gesessen habe einfach mal die die twitch app gestartet ohne zu wissen was twitch ist und dann schreibt mir irgendeiner per direktmessage ähm dein chat geht gar nicht so was für ein chat diese eier das ist ein chat dabei so ah ok ich kannte das nicht und dann habe battlefront 2 kann man ja ist auch gut ja ist auch nicht verkehrt das stimmt daraufhin habe ich dann angefangen mit dem kanal ja ja absolut aber auch sehr kompliziert man muss das erst ein bisschen einstellen sonst ist man völlig verloren in der in der gegend da gibt es von digital foundry kleines video der mit glatze was ich mag nur ein avatar und das ist der mit glatze mit glatze die können sogar ich da gab es mal einen film auf sky vor jahren der war nicht schlecht ja jetzt gibt es auch so der ja ja das ist ja da ich weiß glaube solches du meinst so ist ja ja die serie kann man sich heutzutage auch noch geben wenn man mal lange weile hat anscheinend soll der eine avatar film da mit mit also der andere nicht der mit den blauen figuren sondern die andere ziemlich mies gewesen sein ja obwohl ich ihn obwohl ich persönlich nicht nur so schlecht fand damit denn mit den echten menschen dieser alte film da oder welche aber daher der elemente ja ja genau der heißt die legende von ang und der soll schlecht gewesen sein ich weiß nicht wie der hieß wo ich geguckt habe ohne avatar zu kennen sehen hat dann ist er definitiv sehr schlecht ich kannte das gar nicht war so am durchsetten auf sky und habe ich den gesehen habe ich gerade von vorne gestartet und von mir schlecht aber ich bin in der materie halt überhaupt nicht ich habe irgendwo wird geschossen da oben ein uhr was wir haben doch schon acht ich habe zwei shampoos flaschen blut ich habe sein c getroffen das hohe c oder die tiefe das hohe c wahrscheinlich das was man immer in der werbung kam zum trinken warum laufen die alle mit ketten rum wir sind doch nicht in frankreich ich habe mal wieder gespielt was ich mal zocken wollte ist ich habe wieder mal war das spiel war das spiel das spieler hat sich wieder mal spüren wieso grad ich glaube das ist ein sehr schweres spiel ich weiß dass es schwer ist ich weiß dass es schwer ist ich denke mit mehreren personen also zu zweit quasi ist das sicherlich einfacher ich hatte es früher mal mit einem der hier im dorf wohnt und seinem freund das mal gespürt ich habe es allein ein paar stunden gespielt bis zu dem bahnhof und dann wurde es einfach zu viel für einen da sind sie ja von allen seiten sind sie ist ja nachher nach mit einem anderen dann das spiel nach gespürt nach ein nach einmal und seit ihr immer die soll mal langsam das haus bettelt von 3 raus bringen die sollen nicht hier wie heißt es vorher oder in die game pass bringen heißt es wollen oder das ist das zweite teil ich habe bald zwei jahre jubiläum am 7 april jürgen wie die zeit vergeht und ich habe mal dreijähriges woher was liegt da eine schnelle aber hier ist noch der schnee paar blaue sind das ist doch kein echtes neuer und kann es noch ein visier aufklatschen ist eine werbung ja wie sie habe ich drauf aber grün na ja egal auf auf und davon los boahle man in erhöhter bereits schafft immer aber jetzt haben wir eigentlich jetzt ich habe noch einen geholt ja vor allem dem wort den ich rekrutiert hat ist der beste von allen jedenfalls mit seiner fähigkeit hier sind wie das automat das verkaufte denn ich habe gerne welche farbe wo ist der kommandant ich habe die karte ja wenn auch macht den kreis wo hier will mir ein jörg da wir bei mir da drüben ich war gerade auf hähnchen der macht ja alles kaputt hier goldene sniper ist glaube ich gut oder ja ich habe fast nur noch mal ich will keine mehr hier wenn du noch mal eine halbwegs andere sniper brauchst ich habe ich bin bin gedeckelt ich habe zwei stück falls noch jemand eine braucht die sind aber noch ist alles schon weg weg schon weg weg so ich dachte schon schon das ist wahrscheinlich der kollege von cheat noch ist der war flach und steve ein cheater und der cousin ist ein cheat diesel oder was ja genau ich glaube wir brauchen wie den sauerstaub zählt darf ich vorstellen ich bin der cheat der cheat pool der cheat pool genau der cheat pool hört sich besser an es gibt einen flughafen in holland also der schiff also der schiff der flughafen ja komm davon was kann ich dafür wenn ich zu schnell bin für euch das kannst du davor dass du alleine vorwächst und das sollte schneller ranger t 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 l ich habe einen runter geholt du wurdest runter geholt nein verdammt ich hasse dieses schild 2 schäm dich du bist einmal vor also bist du dran schulder wegen dieser lage waren das ist eine lüge ich bin immer unschuldig schuldig im sinne der anklage das sind fake news schuldig im sinne dieses wurschtbrot wurst käse szenario es wird auch wurscht ob ich mich für schuldig haltet oder nicht aber ich weiß dass ich unschuldig bin das riecht mir flachwitz challenge ein deutscher genau der knochen erhebt schützengräben da war wohl das hörgerät aus hallo ich höre nicht mehr so gut apropos kein absturz noch ist ja eigentlich ein wunder immer eine strichliste ja heute völlig unnötig du strichliste wieso ich bin ich bin ja nicht auf dem strich wenn du auf dem strich wäre es wird dann wäre das eine sackgasse das geht mir ganz schön auf die sackgasse genau das wäre mir dann latte genau macchiato dann hole ich mir eine latte runter der war so schlecht dass er wieder gut war flieg kleiner wellensittich ich hatte mal so ein scheiß bilderwitz gesehen von wegen brot aufstrich also jemand das ziemlich wortwörtlich genommen hat hat er ein platt genommen ein strich drauf gewalt und dann den das brot auf den strich getan dann was brot aufstrich ja passt passt stimmt oder einer hat mal einer hat mal gesagt bei uns zu einem der bei uns arbeitet er soll mal die note kleiner machen und er hat dann wortwörtlich die note kleiner gemacht indem er sie zusammen gefaltet hat dass die note die note ja was für eine note er stimmt ihr sagt geld note eine hunderte note genau sind so die die kleinen feinen unterschiede monaten ja oder öcken nete moniten nete reismar wenn die du hast kriegst du vielleicht noch ein bisschen geld dafür ein bisschen alter der kämen da und tot irgendwo von hier den spieler gehört verdammt warum treffe ich dich was mit meiner hand heute los oder springt aber ganz schön rum hier hey ich brauche hilfe schnell ja ja ich bin da ich bin da bevor er mich wünscht ich würde schon gefinischt ja wenn man nicht alles alleine machen müsste dann schluck du luder da verlässt er mich wieder da rette ich ihn ja aber ich rette den sobald ich was ist das am rücken das ist ein kleiner knoten der sich noch ausfährt ja das hat meine ex auch immer gesagt ein kleiner knoten der sich ausfährt aber besser als keiner richtig und ich hatte mal eine vietnamesische freundin die hat gesagt es ist nicht schlimm wenn man einen kleinen penis hat ich hätte es trotzdem besser gefunden wenn sie gar keinen gehabt hätte ich wurde gerade von hinten glaube ich irgendwo geschossen von hinten verstehe von hinten die idee ist mir fickt du sie mir was ja bei mir sind welche sagt im grüß auf stell dich da im schicksal du es oder du es nicht, es gibt einen Versuch genau, just do it, Nike der Eismann, der Eismann natürlich du hast keinen Eismann mehr Icy Ice Man in the house Ice Ice Baby To go Stehen wir da Ich hebe ab Nichts hält dich am Boden doch, eben hier sind welche ja dann guckst du gerade wieder mit klark uns jeder hat ja genau die heiße cool ich hab die serie nicht so geschaut wir haben so die erste staffel geguckt ja ich muss mich voll mit ins gesicht da rennt einer ja nicht mehr lange naja solange ja nicht allgemacht loch auf heißt dafür erobern doch nicht zurück ja stimmt doch das recht wieso auf mich aufpassen auf mich aufpassen muss ja niemand ich muss nur die ganze arbeit alleine machen wer ist denn schon aber mit mir hat ja niemand mit leid ja andere seite ja das ob der bot drin ich war oben mit das habe ich mich erschrocken ja vorne steht noch gegen die geklautze egal ich fahre mit wenn er mal beschließt hinterher zu fahren ja wir fahren weiter wo ist die nächste stadt da spielmaß der armen reifen verloren ach geht auch so Toffel ist gut drauf heute da macht er das Auto kaputt ja aber mit Platten kriegt das Auto da oft schaden ach so ich will nur mal vorwärts machen damit alle tot sind aber nein ich bin nur alleine da da die anderen nicht hinterher kommen wenn ich zu schnell bin lauf ich eigentlich hin ich geh mal da lang ja wir gehen wir erstmal in die Stadt Gotham City ja schau mal jetzt hat sich mein Backleng entfaltet oh ja hat sich jetzt zuerst ein äh ne oh wir werden beschlossen ja tatsächlich ja lass sie erstmal schaden ja lass sie erstmal schaden wir gehen und rücken uns erstmal in die Stadt zurück na gut taktischer Rückzug habt ihr den Noctane hier geschrottet habt ihr den Noctane hier geschrottet ich kann man ja keine Sekunde alleine lassen alter ne wir werden auch gerade beschossen hier ja ich würde auch ihr habt beschossen mein Geländewagen ist gerade immer ja da gehörte aber nicht hin der gehörte auf die Straße ja und da da bin ich auch schon das ist jetzt schlecht das ist jetzt schlecht das ist jetzt schlecht weil du äh weißt du ja wo du hin bist hm 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 ja weil du recht weit weg bist bei mir hab einen ich bin jetzt der einzige der was macht fünfmal getroffen und trotzdem gestorben ich bin jetzt der ja ich bin nervös ich bin nervös